Um mit dem Echelon von Level 3 auf Level 4 zu kommen, müssen wir 10 Gegner heimlich töten, 2 im Nahkampf und 2 Gegner mit einer Handfeuerwaffe, ohne nachzuladen oder die Waffe zu wechseln. Easy peasy. So, den einen Gegner am Ende der letzten Folge, habt ihr es vielleicht gesehen? War der ein bisschen aufgeschreckt? Weil wir seinen Kameraden getötet haben. Und deshalb stirbt er jetzt halt auch. Wenn ich ihn entdecke natürlich, ne? Hab ja noch gar nichts hier, mein Gott. Wo ist er? Ey, wo ist er denn? Ey, wo ist er denn? Schnappen wir uns den Ghost, bevor er uns alles vermasselt. Der Ghost vermasselt euch noch viel mehr. Vor allem dir. Das Weiterleben zum Beispiel. Komm raus aus deinem Versteck. Ja, ja, keine Sorge, ich komme schon raus. Du bist dumm und du bist tot. Stirb! Ich glaube, nicht mal ein Messer ausgerüstet. Hat er gerade noch im Tod gesagt, mir entkommt niemand? Gut, auf jeden Fall war das der Erste im Nahkampf. Unheimlich. Aber wieder zurück. Die haben wir eben, also in der letzten Folge, für mich eben, für euch in der letzten Folge, leben gelassen. Fünf Stück, okay. Okay. Du meinst, du wirst schon noch lernen, dass es im Kampf nur eine Gewissheit gibt. Es gibt keine Regeln. Hab mal im Irak gesehen, wie so ein Heli abgestürzt ist. Das hat niemand überlebt. Und hat es raus geschafft. Wir haben geilen Scheiß auf dieser Insel. Mit sowas haben die sicher nicht gerechnet. Wir müssten mehr sein, um wirklich alles Grundbeschaffung zu machen. Einem Nahkampf kriegen. Mann, hier liegt eine Menge kaputtes Zeug. Ich frage mich, was sie damit gemacht haben. Wie viele Gegner mit der Handfeuerwaffe? Zwei. Hier tut sich nichts. Ist ja gar nichts. Oh, da geht ein bisschen zu schnell. Nicht hier. Hey du. So, jetzt. So, und jetzt her. Bam. So, noch vier weitere Gegner heimlich. Das werden dann wohl die Wolfs sein. Es sei denn, ich finde noch ein paar Sentinel-Weicheier. Ich lasse die Hauptquest jetzt erstmal links liegen. Solange es geht. Und dann, ja. Vielleicht probiere ich nachher zwischen den Folgen mal, ob es geht. Also, ob man nach Erewhon reinkommt, wenn man die Hauptquest gar nicht gemacht hat. Ich glaube aber nicht. Wird mich wundern, wenn das gehen wird. Waren hier nicht auch immer zwei? Oder habe ich die schon gekillt? Habe ich, glaube ich, schon gekillt, ne? In der letzten Folge. Direkt am Anfang. Da hinten sind die wieder Respawn. Das ist aber nett. Das müssten vier Stück sein. Ich muss die also auch nicht mehr mit der Handfeuerwaffe töten. Eigentlich. Und damit sind wir auf Level 4. Nice.